Und dann klingelte das hier oben und dann war eine ältere Dame, sie sagte, sie kommt von der Stadt und sie hätte mit uns ein Gespräch zu führen über den Besuch, der uns bevorsteht. Nein, dann haben sie eben gesagt, wir möchten die Fenster nicht aufmachen, wenn der Besuch ist. Also eben Sympathie, Kundgebung zu vermeiden. Wir durften ja nicht einmal als Bewohner des Hauses auf die Straße gehen. Beziehungsweise vor neun verlassen, aber dann erst nach 18 Uhr wiederkommen. Also in der Zeit hatten wir hier keinen Zugang zum Haus oder eben keinen Ausgang. Wir sind am Fernsehen zu erkennen gewesen, denn meine Verwandtschaft hat das erkannt, dass wir am Fernseher gestanden haben. Mit Fernsehen ist das Westfernsehen gemeint und das war in Güstrow am 3. Advent 1981. 48 Stunden zurück, Freitagnachmittag, 11. Dezember. Bundeskanzler Helmut Schmidt landet zu einem Arbeitstreffen mit Erich Honecker in der DDR. Über 1000 Journalisten sind akkreditiert. Das DDR-Fernsehen berichtet live und betont weltoffen. Jubelkräfte, wie sonst bei ähnlichen Anlässen üblich, sind nicht bestellt. Weder zum Flughafen noch in den nächsten zwei Tagen zum Gesprächsort in der Schorfheide. Die Bevölkerung sieht fern. Erst am nächsten Tag, Sonnabend, den 12. lässt Erich Honecker sein Volk wissen, dass ein direkter Kontakt für den Sonntag geplant ist. Und so erfährt man denn endlich auch in Güstrow, was außerhalb der DDR seit 10 Tagen bekannt ist, der Bundeskanzler kommt. Der Grund für diese Geheimhaltung liegt elf Jahre zurück, Erfurt 1970. Beim ersten und bislang einzigen Besuch eines Bundeskanzlers in der DDR hatten SED und Staatsführung den größten Unsicherheitsfaktor sträflich vernachlässigt. Das Volk. Und so kam denn, was kommen musste, es jubelte dem anderen zu. Willy Brandt. Nur ihm. Willy Brandt. Willy Brandt. Dezember 81. Alle Versuche, Helmut Schmidt die Barlach statt Güstrow auszureden, sind gescheitert. Der will dort eine gesamtdeutsche Show abziehen, klagt Honecker seinem Minister für Staatssicherheit. Und Erich Mielke erkennt sofort, noch nie hatte das MFS eine politisch so brisante Aufgabe. Noch nie war ein so hoher Einsatz erforderlich wie jetzt und hier in Güstrow. Und er legt dem Politbüro seinen Einsatzbefehl vor mit der freundlichen Bezeichnung Dialog, der mit Sicherheit keine Erfurter Verhältnisse zulassen wird. Freitagnachmittag, Neubrandenburg. Während Erich Honecker seinen Gast in die Abgelegenheit der Schorfheide begleitet, wird hier ein Mann verhaftet. Er wollte nach Güstrow. Der Vorwand meiner Verhaftung war, dass ich verdächtigt werde, vor einiger Zeit im Bezirk Rostock einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und Fahrerflucht begann hätte. Ich wurde während, wegen dieses Autounfalls ca. 6-8 Stunden vernommen. Unfall und Fahrerflucht, eine Stasi-Legende, um heimlich das Auto zerlegen zu können. Gesucht wird ein selbstgefertigtes Transparent gegen Atomraketen in Deutschland, welches Norbert Denz in Güstrow zeigen will. Man hatte sich ja erwartet, bei der Untersuchung des Autos dieses Korpus Delikti zu finden. War aber nicht, denn ich hatte dieses Transparent bei mir in meiner Tasche am Leib. Und als man mich dann direkt darauf ansprach, dass ich so etwas angefertigt haben sollte, da habe ich es natürlich bereitwillig herausgeholt und gezeigt. Sichergestellt wurde bei ihm ein Transparent, Leinentuch, 100 mal 60 Zentimeter, mit der Aufschrift, raus mit allen Atomraketen aus ganz Europa. Das Wort allen ist rot unterstrichen. Ja, und dann schloss sich das eigentliche MFS-Verhör an, das über zwei bis drei Tage ging. Und ich habe es in den ersten zwei, drei Vernehmungsetappen oder Vernehmungsschritten dann so erlebt, dass mir ein Raum zum Schlafen zugewiesen wurde. Vor diesem Raum stand eine Wachperson und verließ offensichtlich in regelmäßig-unregelmäßigen Abständen diesen Ort. Und dann kam jemand anders laut den Gang entlang und riss die Tür auf und sagte ganz laut, ach, da liegt ja einer. Das ging also ähnliche Male. Es wurde also vorgetäuscht, dass der irrtümlich diesen Raum geöffnet hat und sah, da liegt ja einer. Und dadurch kam man nicht in den Schlaf. Ich konnte erst Vormittag, Nachmittag, Abend nicht mehr unterscheiden. Und dann nachher wusste ich auch nicht mehr, welcher Tag war. So dass ich mich im Nachhinein jetzt schon gar nicht mehr genau daran erinnern kann, wie lange war ich überhaupt hier. Ich habe mich allerdings geweigert zu essen. Man hat mir immer wieder was zu essen und zu trinken hingestellt und ich habe das abgelehnt. Ich habe ihm wirklich gesagt, ich esse mit euch nicht. In der Schorfheide ist man inzwischen bei den Tischreden angelangt. Und da es auch um die Wiesen für die DDR gehen wird, sitzt einer mit am Tisch, den man später den Devisenbeschaffer nennen wird, Stasi-Oberst Schalk-Golotkowski. Güstrow, das sind im Dezember 81 37.169 Einwohner. Auf diese Zahl ist Verlass, denn sie stammt vom Ministerium für Staatssicherheit, Kreisdienststelle Güstrow. Zehn Tage vor Beginn der Aktion Dialog, noch weiß man hier bekanntlich nichts vom bevorstehenden Ereignis, filtert diese Kreisdienststelle aus ihren Datenspeichern 644 Personen heraus. Von denen zu erwarten ist, dass sie den Besuch durch feindlich negative Handlungen zu stören versuchen. Darunter 21 Personen, die wiederholt und hartnäckig Anträge auf Übersiedlung in die BRD bzw. West-Berlin stellten. Acht Personen, die als Besucher der ständigen Vertretung der BRD in der DDR identifiziert wurden. 520 Personen, die mit Sympathiebekundungen für Repräsentanten westlicher Staaten in Erscheinung treten könnten. Sowie 42 jugendliche Personen, die für solche Handlungen missbraucht werden können. Für jeden Einzelnen dieser 644 werden konkrete, differenzierte, auf die Person zugeschnittene Maßnahmepläne erarbeitet. Zum Beispiel die Person Lietz, Heiko, Philipp-Brandin-Straße, ist unter strenger Kontrolle zu halten. Sein Haus ist am 13.12. zu blockieren. Die Ehefrau des L. ist am Arbeitsplatz Krankenhaus zu binden. Das Telefon ist zur Blockierung vorzubereiten. Lietz ist Theologe und direkt am Besuchsobjekt DOM wohnhaft. Hier vorne standen ungefähr 5, 6 Mitarbeiter der Staatssicherheitsdienste. Und dann hier auf dem Weg zum Haus liefen auch mal so zwei, drei Leute rum. Und dann waren im Haus selber auch einige. Und dann hinter dem Haus, im Garten, gab es auch verschiedene, die dort Dienst taten. Sodass hier insgesamt etwa so zwischen 10 bis 15 Personen also direkt das Haus fest im Griff hatten. Doch damit nicht genug. Für den schwer denkbaren Fall, dass Lietz die Blockade seines Hauses durchbrechen und sich über diese Straße heimlich davon machen kann, stehen bei einer Familie im gegenüberliegenden Haus der konspirative Beobachtungsstützpunkt Juwel 177 und im Kreisgericht um die Ecke der Stützpunkt Juwel 178 zur Verfügung. Elf weitere Stasi-Leute quittieren, dass sie den Lietz, falls er bei ihnen vorbeikommt, beobachten werden. Eingesetzte Technik, diverse Kameras, Teleobjektive, Weitwinkel, Ferngläser, Abhörtechnik, Funkgeräte, auch getarnte Funkkoffer und... 1981, wie Helmut Schmidt hier war, da wurde ohne unsere Einwilligung das Haus, also bloß bis in eine Fensterhöhe gestrichen. Das sieht man eindeutig heute noch. Und dann haben wir noch gefragt, was sie hier machen. Na ja, sagten sie, das ist in Ordnung so. Späterhin, wie alle der Rummel vorbei war, da kriegten wir dann die Rechnung ins Haus geflattert. Die Stadt ist in einen Zustand zu versetzen, verlangt die Partei, der dem Ansehen des Sozialismus gerecht wird. Und das Ganze bis Sonntag, ohne große Kosten und selbstverständlich bei vollkommener Wahrung der Konspiration. Gemessen daran haben die Genossen der Staatssicherheit eine leichte Aufgabe. 644 Personen waren ihm gemeldet worden. Auf 37.169 Einwohner? Erich Mielke bezweifelt, dass damit auch die potenziellen Sympathisanten erkannt sind und befiehlt, auskunftsfähig sein über jedes Haus und dessen Einwohner. Bei positiven Personen genügt ein Satz, bei negativen nähere Einschätzung notwendig. Und hier hilft nun wieder die SED. Parteibeauftragte führen entlang der zu erwartenden Protokollstrecke sogenannte Familiengespräche. Insgesamt 1.500. Was wir für Menschen im Hause wohnen, ob die zuverlässig werden, ob es Probleme gibt. Und das haben wir dann gesagt. Unter anderem auch, weil wir hier ein Arbeitsloser, wie soll man sagen. Arbeitsloser ist ein Licht gewesen. Es ist ein A-Sozialer. Und das haben wir eben gemeldet, dass da eben andere Verhältnisse herrschen wie bei uns. Dass viele ein- und ausgehen, die Personen, die wir uns nicht bekannt sind. So, und das hatte sich notiert. Es hätte ja auch anders sein können, dass wir es nicht gesagt hätten. Und dann hätten wir vielleicht Schwierigkeiten hinterher gehabt. Weiß man nicht. Das hätte gemeldet werden müssen oder wie oder was. Und um das zu umgehen, haben wir das eben gemacht. Diese Meldung. Verschlüsseltes Fernschreiben. SED-Kreisleitung Güstrow. Familiengespräch. Erste Auswertung in der Bezirksleitung. Blau, die negative Volksmeinung. Rot unterstrichen, das Positive. Alles andere hat sie nachher eingeleitet. Also da hatten wir hier weiter nichts mehr zu tun. Was andere? Was ist denn passiert am Sonntag? Dass der Mieter unter uns überwacht wurde. So lange, wie diese ganze Geschichte hier war. Und wie war das? Wie wurde er überwacht? Dass da einer gesessen hat. Was da jetzt im Einzelnen geschehen ist in dem Haus, das weiß ich ja nicht im Haushalt. Aber jedenfalls ist da einer gewesen, der so lange da geblieben ist, bis das alles über die Bühne war. Dieser ganze Besuch. Die Person, die dann da geblieben ist, die hat das dann eben so abgeschirmt, dass er selbst nicht mal ans Fenster reingekommen ist. Nee, also da war kein Fenster. Nein, nichts. War recht schön drohig war das den Tag. Es geht nicht mal ein Wasser an, kann man das sagen. Heute zu behaupten, die sogenannten befreundeten Parteien der SED hätten sich an der Sympathisantensuche nicht beteiligt, wäre historisch unwahr. Richtig ist auch, dass Menschen wie Dieter Menzel nie erfuhren, aufgrund welcher Meldung sie für die Staatssicherheit interessant wurden. Hier wurde ich reingeführt, in diesem Raum. Dort saß der Vernehmer und stellte mir dann Fragen. Er schmiss einen Ordner auf den Tisch und stellte mir dann Fragen. Ich sollte sagen, was ich an diesem Tag vorhatte. Ich sag, sagen Sie mir, mit welchem Recht machen Sie das, dass Sie mich hier herholen? Da beugte er sich so über mich rüber und ganz dicht ran und rief dann in einem Barschenton, so auf Deutsch gesagt, wir haben noch ganz andere Rechte und wir können noch was ganz anderes mit Ihnen machen. Ich sagte, dass ich Essen, Schlafen und Fernsehen gucken wollte und er mir das wohl nicht abnahm und ich musste das immer wiederholen, dass er sagte, essen wollten Sie, schlafen wollten Sie. Na, Herr Menzel, nun sagen Sie mal, was hatten Sie nun vorher? Ich habe ihm das Gleiche wieder erzählt. Bis das nicht, nach drei, vier Mal war mir das nicht selbst so bunt und habe nichts mehr gesagt und habe ihm dann auch keine Antwort mehr gegeben. Und daraufhin ging er zur Tür, machte die Tür auf und zeigte einmal bloß mit dem Finger und dort kamen zwei Mann rein, gingen hier rum, ich wusste ja nicht, was die wollten, gingen um mich rum, packten mich und haben mich dann hoch und hier an die Wand rangestellt. Und da musste ich so stehen und blieb auch mit den Füßen geschlossen stehen und der eine so, nehmt die Füße auseinander und schlug hier gegen, gegen den linken Fuß und dann stand ich so da, bei mir kullerten die Tränen, die ich aber dann auch nicht gezeigt habe. Das war bloß, ich habe mich immer in mich selbst geärgert, dass ich dann die Beherrschung hier verloren habe, als ich so gestanden habe. Aber das war wohl der sogenannte Psychoterror, den man machen wollte. Ich saß allein. Ich wusste vor Angst nicht, was ich machen sollte. Ich war so verzweifelt. Dann haben wir ein paar Mal die Kriminalpolizei angerufen. Dreimal habe ich die angerufen, nachmittags. Die haben immer gesagt, sie wüssten von nichts. Da war immer wieder Neuer dran. Tut uns leid, Frau Menze, wir wissen von nichts. Ihr Sohn wird ja bald wieder kommen. Wenn er nichts ausgefressen hat. Ich sagte, mein Sohn hat nichts ausgefressen. Zuführungspunkte der Staatssicherheit gibt es am 3. Advent 1981 in vier Güstroer Schulen. Ungeahnte Freizügigkeit genießen dagegen westliche Journalisten. Sie dürfen sich Tage vor dem Ereignis in der Stadt bewegen und jeden Bürger ungehindert ansprechen. Weltoffenheit. Drei, vier Tage vor dem Schmidt-Besuch bekamen wir auch Besuch in der Apotheke. Ich arbeite damals am Markt. Und zwar wurden uns Verhaltensmaßregeln erteilt, wie wir uns zu verhalten hätten, wenn Schmidt kommt, wenn Journalisten uns dazu befragen. Dann sollten wir ja Positives erzählen. Einmal ging es natürlich um die Anerkennung der Staatsbürgerschaft, der DDR. Dann sollten wir die sozialpolitischen Maßnahmen positiv hervorheben. Und Ähnliches, ja. Das kann ich mich im Moment weiter nicht erinnern. Und wer kam dann durch die Apotheken? Das war eine vom FDGB. Die war damals Vorsitzende des Kreisvorstandes Gesundheitswesens, so nannte sich das wohl. Eine Frau Schröder war das. Das ist nicht wahr. Das ist auf keinen Fall wahr. Kann sein, dass von anderer Seite solche Verhaltensregeln abgegeben wurden, aber nicht durch meine Person. Bestimmt nicht. So wahr wie ich es dir. Das haben wir nie gesagt. Tja, dann muss ich es wohl verdrängt haben. Vielleicht will sie es nicht mehr wissen. So eine Woche bevor Helmut Schmidt mit Honecker hier nach Güstrow kam, kam ich über den Marktplatz und traf einige Studenten der Pädagogischen Hochschule. Und die froren ganz entsetzlich. Und da habe ich gesagt, sag mal, was macht ihr denn hier so lange an diesem langweiligen Weihnachtsmarkt? Und da haben sie mir eben erklärt, dass sie sozusagen Lockvogelpositionen eingenommen haben. Sie hatten vorbereitete Antworten. Wenn nämlich die Westjournalisten auf sie zu, waren sie in Grüppchen verteilt. Und wenn also Westjournalisten sie ansprechen, dann sollten sie auf bestimmte Fragen antworten. SED-Kreisleitung an Bezirksleitung. Politisch klug reagierte eine Studentin der Pädagogischen Hochschule. Ich erwarte, dass die Staatsbürgerschaft der DDR anerkannt wird. Gezeichnet Schubert. Dazu Schubert heute. Nein, es gab dabei eine ganze Reihe Studenten, deren Aufgabe auch da ein Bestandgesprächspartner für westliche Journalisten zu sein. Aber das Vogel nicht. Das Lockvogel nicht. Also wir sollten die Anerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR als Hauptpunkt natürlich fordern. Das war das Wichtigste. Und das ist aber auch mit ihm vorbereitet worden. Einige Bürger machen Meldung, dass sie von Westjournalisten angerufen wurden. Das sind gute Bürger. Als Kontaktperson wird eingestuft, wer nicht meldet, wie der Arzt Dr. Tunicke. Das ist ein uns befreundetes Ehepaar. Die sind beide Fernsehjournalisten in Hamburg gewesen. Und die hatten angekündigt, per Telefon, ungefähr eine Woche vor dem Schmidt-Besuch, dass sie mitkommen wollten in dem Journalistenpulk mit Helmut Schmidt. Und dieses Telefonat ist dann mit meiner Frau geführt worden, aus Hamburg, und ist offensichtlich dann noch abgehört worden. Und dann kam mir eben auch dieser Einberufungsbefehl, dass ich vom 11. bis zum 14. Dezember in Neustadt-Lewe im Militärlazarett sein soll. Ich konnte mich im Lazarett frei bewegen, sollte aber das Gesamtobjekt, dieses militärische Objekt, nicht verlassen. Und so habe ich dann dort diese Tage verbracht und konnte dann im Fernsehen dann auf meinem Zimmer miterleben, wie Helmut Schmidt Göstro besucht hat. Je näher der Besuchstermin heranrückt, desto hektischer wird die IM-Tätigkeit. So meldet ein IM-Günther gleich drei verdächtige Personen, die, wenn sie an Schmidt rankommen, winken wollen. Maßnahmen sind eingeleitet. Mario, 10. Klasse, Theermann-Oberschule, äußert, ich gehe am Sonntag zum Marktplatz und rufe, Schmidt nehme ich mit, Maßnahmen sind eingeleitet. Hydrierwerk Parchim, 1000 Werksangehörige sollen unterschreiben, Göstro fern zu bleiben. Maßnahme wird bekannt, deshalb abgebrochen. Frau Elisabeth Gershewski aus Daschow, deren Tochter in der Bezirksnervenklinik Schwerin an Gehirntumor behandelt wird, ist am 13.12. unter Kontrolle zu halten. Ich hatte Folgendes getan. Ich bin nach Schwerin gefahren und habe meine Tochter besucht. Und daraufhin habe ich bei der Stationsärztin nachgefragt, ob es möglich wäre, dass meine Tochter in Essen behandelt werden kann. Weil dort gab es eine Möglichkeit, ohne Bestrahlung, also Tumore zu behandeln, indem man eine Flüssigkeit hinein spritzt. Ich hatte gesagt, mir ist es, also jetzt, wo der Kalte Krieg doch sozusagen beendet ist, Helmut Schmidt kommt in die DDR und auch nach Göstro, dann müsste es doch möglich sein, dass meine Tochter in Essen behandelt wird, weil dort meine Verwandten sind. Ja, ein paar Tage bevor Helmut Schmidt da nach Göstro kam, ist die Bürgermeisterin zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, dass sie Besuch hatte vom Rat des Kreises. Zwei Kollegen von Abteilung Inneres wären dort gewesen. Und denen wäre zu Ohren gekommen, dass ich mich an Helmut Schmidt wenden wollte und eine Petition übergeben wollte. Und das sollte ich ja nicht wagen, sonst würde mein Mann seinen Posten als Meister verlieren. Ja, vielleicht hätte man meiner Tochter ja im Westen auch nicht helfen können, aber ich wollte ja nichts unversucht lassen. Vielleicht könntest du noch leben, vielleicht... ...und wäre sie jetzt 27 Jahre alt. Wird am 1. August Geburtstag. Und ich wollte doch nichts Schlechtes. Ich wollte ja nur, dass meine Tochter lebt. Sonntag, 13.12.81, der Besuchstag. Seit den frühen Morgenstunden sind die Greifkommandos von Polizei und Staatssicherheit unterwegs. Unterstützt durch 1.200 Kräfte aus den Bezirken Gera, Leipzig, Karl-Marx-Stadt wird zugeführt. Anfangs in die umliegenden Polizeikreisämter Bützow, Sternberg, Parchim, Lüps, dann erst in vier ausgewählte Güstroher Schulen. In der Volksrepublik Polen ist in der Nacht zum Sonntag das eingetreten, weshalb Bundeskanzler Schmidt im Vorjahr einen geplanten Besuch der DDR absagte. Mit den Worten der polnischen Nationalhymne Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben, verkündet Partei- und Regierungschef Jaroselski das Kriegsrecht. Polizei und Armee marschieren gegen die Gewerkschaft, bevor es die sozialistischen Bruderländer tun. In der Schorfheide wird deshalb etwas zeitiger geweckt. Erich Honecker versichert seinem Gast, auch er sei von den Maßnahmen der polnischen Genossen zumindest zu diesem Zeitpunkt überrascht worden. Am Plan, gemeinsam nach Güstro zu fahren, wird festgehalten. In Güstro herrscht kein Kriegszustand. Eine gewisse Ähnlichkeit mit polnischen Fernsehbildern ist zufällig. Sonntagfrüh ab 6 Uhr sind sämtliche Zufahrten nach Güstro gesperrt. Ich nahm mir meine Kinder, vier und sechs Jahre alt. Und die Skier, wir fuhren hier raus, um Ski zu fahren. Wir gingen diesen Weg hoch, aber dort kamen uns zwei Herren mit Maschinenpistole entgegen, die uns unmissverständlich klar machten, dass an diesem Tag hier nicht Ski gefahren werden kann. Und ich habe mich nicht auf lange Diskussionen eingelassen. Die Herren hatten die stärkeren Argumente. Sonntagfrüh, 8 Uhr. Der militärische Außenring um Güstro ist geschlossen. SED-Kreisleitung Güstro an Bezirksleitung, gleichlautend an Zentralkomitee, 11 Uhr. In der ganzen Stadt herrscht eine aufgeschlossene, erwartungsvolle Atmosphäre. In der ganzen Stadt herrscht eine auftungsvolle Atmosphäre. Kreisleitung an Bezirksleitung und Zentralkomitee, 12.30 Uhr. In der ganzen Stadt herrscht eine festtägliche Atmosphäre. Die Teilnehmer an den Zufahrtsstraßen sammeln sich gerade. Hohe Disziplin und freudige Erwartung sind kennzeichnend. Ungefähr zu halb zwölf mussten wir uns einfinden in einer Sportstelle. Dort sind wir als Hundertergruppe belehrt worden, hatten dann noch etwas Zeit. Wir wurden dort noch mal verpflegt, weil es ja auch Mittag war. Und dann sind wir über Nebenstraßen auf einem festgeschriebenen Weg. Hingeführt worden zur Eisenbahnstraße. Und dann eben, wenn der Erik Honecker mit seinem Gast, wie es damals hieß, kam, sollten wir Beifall spenden. Aber im Bericht der Kreisleitung wird es heute Abend heißen, es gab keinen Beifall, den Bundeskanzler Helmut Schmidt hätte auf sich beziehen können. Noch einmal die Abfahrt Schorfheide. In zwei Stunden soll sich zeigen, ob diesmal dem Richtigen zugejubelt wird. Und so ist denn diese Handbewegung, die den Bundeskanzler auf die rechte Wagenseite bittet, mehr als ein Zeichen protokollarischer Höflichkeit. In Güstrow setzt sie Massen in Bewegung. So, nun standen wir alle auf der linken Seite. Und anhand für sich haben wir uns gewundert, wieso steht auf der rechten Seite keiner. Aber im Nachhinein haben wir es erfahren. Als wir, als die durch waren, dann haben wir es gesehen, Honecker saß links im Auto. Operativer Einsatzstab, Aktion, Dialog. Zum Verhalten der Zuschauer wird orientiert, dass das Klatschen erlaubt und erwünscht ist. Auswahl guter Genossen, Frauen und Jugendlicher. Die Frage des Publikums an der Gedenkstätte wird bejaht. An exponierter Stelle gebündelt auftreten, ansonsten als Spaziergänger mit wechselnder Konzentration. Achtung, Verkrampfungen vermeiden. Der Weihnachtsmarkt ist durch eine gute Dekoration im mecklenburgischen Charakter zu gestalten. Unter Einsatz von viel Licht, Effekten und Weihnachtsmusik ist eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Wo plötzlich der Generalsekretär mit seinem Gast erscheint. Keine gestellten Szenen, festlegen, wer wo ruft. Und dann passiert es eben doch. Beim Gang über den Weihnachtsmarkt, Menschen am offenen Fenster. Wir kamen am Abend erst vorher von Oberwiesenthal, von unserer Silberhochseizreise zurück, sodass die Leute uns nicht erreicht haben und wir keine Information darüber hatten, dass wir das Fenster nicht aufmachen sollten. Daraufhin haben wir, wie Bundeskanzler Helmut Schmidt und Erich Honnecke hier vorbeikommen, das Fenster aufgemacht. Und ich habe dann mit diesem Apparat hier ein paar Bilder gemacht. Das Bild, das ist ein bisschen dunkel gehalten, weil ich mir nicht getraut hatte, ein Blitzlicht zu nehmen. Weil man war in dieser Situation, war man auch ein bisschen ängstlich. Wir Güstrowers sind froh, dass wir Erich Honnecke mal hier sehen. Den Kanzler waren Sie nicht so scharf? Nö, warum? Fanden Sie es denn nicht so gut, dass er hier ist? Ja, doch, warum nicht? Aber auf den Kanzler bin ich nicht so scharf. Wen wollten Sie denn sehen? Die beiden oder nur den einen? Na, natürlich Erich Honnecke und auch dein Gast. Ich war damals Kreisvorsitzende der CDU und im Kreisvorstand konnten wir dann auch einige auswählen, die mit auf den Markt sollten. Und da war ich natürlich auch dann bei. SED-Kreisleitung an Bezirksleitung. Die Auswahl der Teilnehmer für die Protokollstrecke ist abgeschlossen. Es fand eine abschließende Schulung aller Teilnehmer statt. Ungefähr eine Woche vor dem Besuch hatte ich dann eine Einladung hier in einen Kulturraum vom Konsum, war das, glaube ich. Und dort waren vielleicht so 30 Personen zusammen. Und da war der zweite Sekretär der Bezirksleitung, der dann mit uns dort ein Gespräch führte. Falls nun dort auf dem Marktplatz ein Journalist des Westfernsehens Sie anspricht, was hat er dazu gesagt? Ja, dazu sagt er auch, dass wir doch auch dann Antwort geben sollten. Aber dann eben auch immer in der Richtung, dass wir unseren damaligen Staatsratsvorsitzenden Erik Honnecke dann immer als Ersten möglichst nennen sollten. Und dann den Bundeskanzler, Herr Lutz-Schmidt, nicht? Na, natürlich Erik Honnecke und auch sein Gast, beide. Uns war damals in dieser Organisationsvorbereitung auch gesagt worden, alleine kämen wir nicht zum Markt hin. Denn ich wohne ja hier bloß zehn Schritte vom Markt weg, das wäre ja für mich dann ein Einfaches gewesen, aber da war kein Durchkommen. Selbst mein Sohn, der hier in der Nähe wohnte, durfte nicht zum Mittag kommen, weil er hier nicht wohnte. Der wurde nicht mehr, ab zehn Uhr kam keiner mehr rein. Wir waren im Markt, da sind wir ja gekommen. Und dann kamen wir bis zur Post und da war so ein Stakettenzaun, so ein Gitter. Also konnten wir rausgehen. Da hat auch keiner gefragt oder irgendwas. So, wenn wir draußen waren vom Zaun, da sagt er mit meinem, mein Gott, ich habe gar keinen Ausweis mit. Wie kommen wir nun wieder rein? Ich sage, das weiß ich auch nicht. Wer runterging, kam auch nicht wieder rauf. Außer wir Anlieger hier mit Personalausweis. Ich sage, komm, wir gehen hinten rum, um die Post rum, beim Jungen über den Hof oder so. War alles zu. Dann sind wir dann eben in einer engen Straße gegangen gewesen und da war so ein Strick rüber. Nur der Bürgersteig war frei. Na ja, und da standen zwei Mann. Wo möchten Sie hin? Ich sage, ich möchte nach Hause. Und wir wohnen am Markt. Und da sagte er, ja, das geht jetzt nicht wegen dem Staatsbesuch. Ich sage, noch sind Sie ja nicht da. Ich sage, wir müssen ja irgendwie nach Hause. Das nützt ja nicht. Ich kann bei der Kälte ja nicht auf der Straße bleiben. Und da kam er mit einem jungen Mann zurück und der hat uns dann nach Hause gebracht. Und ich dachte, er ist bis vor der Haustür, aber nein, er kam mit rein, bis zur Treppe. Während man Frau Stiemer wieder in ihre Wohnung bringt, werden Auserwählte durch gespenstisch leere Straßen an die Strecke herangeführt, sogenannte progressive Kräfte. Da wären viele Leute noch hingegangen, gerne, aber die konnten nicht. Das waren nur wirklich wohl ausgewählte Personen. Frei konnte da keiner hingehen. Der Weihnachtsmarkt wird in der Zeit von 13 bis 14 Uhr geschlossen. In dieser Zeit in Verbindung mit Volkspolizei dafür sorgen, dass der Marktplatz vor der Bevölkerung geräumt wird. MFS in Zivil bei Räumung in der ersten Reihe. Es war ganz deutlich zu sehen, dass der Markt von Sicherheitskräften überschwemmt wurde, regelrecht überschwemmt und die Leute, die drauf waren, auf dem Markt abgedrängt wurden. Ab 14 Uhr Einführen der progressiven Kräfte. Bis wir dann mitkriegten, dass von der einen Seite Leute eingelassen wurden, als wenn die bestellt waren. Und der Weihnachtsmarkt füllte sich richtig mit Leuten. Es war wieder voll, war wieder richtig Menschenmenge war da. Wir hatten ursprünglich, das heißt wir, ich sag, wir gab es die Gedanken, nach und aus dem Weihnachtsmarkt neu zu besetzen. Also ich sag mal, mit ausgewählten Kräften, wie sie das formuliert haben. Das war praktisch nicht möglich. Also es ist nicht gemacht worden? Es ist nicht gemacht worden. Wir hatten beobachtet, wie der Markt geräumt worden war. Und waren in unserem Gefühl so bestärkt, jetzt nicht diesen Räumen zum Opfer gefallen zu sein. Und hatten bis dahin mehrere Stunden auf dem Marktplatz verbracht. Es war sehr kalt. Wir wollten uns irgendwo aufwärmen und suchten eine geeignete Stelle. Und von der Stelle aus, wo wir jetzt stehen, hätten wir sogar die Möglichkeit gehabt, das Geschehen auf dem Markt zu verfolgen. Und es war windgeschützt. Ich bin im Dienst. Ach, Sie sind im Dienst. Ja, Sie sind bei der Sicherheit. Wir hatten uns hier eine Weile untergestellt und hatten dann gesagt, so jetzt könnten wir mal nach vorne gehen, in die Menge und zusehen, dass wir was mitbekommen von vorne. Und da stand ein Herr hier vorne und der hat gesagt, Sie gehen nicht, Sie bleiben hier. Und dann sind wir eben nach hinten in den Laden abgeführt worden. Sie sehen selber das große Interesse, den anderen, liebe Zuschauer. Und da sind viele der fleißigen Bewohner der Stadt mit Frau und Kind unterwegs, um diesen Tag zu erleben, diese Begegnung. Und bei dieser Gelegenheit ihrer Genugtuung, ihrer Zustimmung zum Ergebnis der Gespräche auch Ausdruck zu geben. Nachdem wir durch den Laden und das dahinterliegende Lager geführt worden waren, landeten wir auf dieser Straße und wussten das Geschehen. Der Schmidt-Besuch fand dort statt, auf dem Marktplatz. Und für uns endete das Geschehen damit, dass wir zu Hause am Fernseher saßen und den Schmidt-Besuch auf dem Bildschirm verfolgten. Und einer war da, wird es heute Abend in einem westlichen Fernsehkommentar heißen, einer war da auf dem Güstroher Weihnachtsmarkt, der hatte Courage. Wir sind für Aufseher, dass die ausgebaut werden. Ich möchte als Deutscher in der DDR auch in ganz Deutschland am Her fahren, das möchte ich ganz offen immer sagen. Ja, ja, das kann man ja auch nicht. Denn ich sehe das nicht ein, warum ich nur in der DDR auch nach außen fahren kann. Ich habe Verwandte drüben, aber ich darf nicht hin. Der Mann ist in Güstrow unbekannt. Die Recherchen zu diesem Film ergeben Kirchgemeinderat. Traktorist auf einer LPG, der neun Jahre nach Güstrow den elterlichen Bauernhof zurückbekommt. Dann stirbt er, Hans Kamin. Als mein Vater davon erfuhr, dass Helmut Schmidt nach Güstrow kommt, fasste er den Entschluss, dort hinzufahren, um vor westlichen Reportern seine Meinung offen kundzutun. Und meine Mutter und ich waren daraufhin doch in einiger Sorge, ob das denn auch gut gehen würde. Aber er machte seinen Entschluss wahr und fuhr dann am Sonntagfrüh nach Güstrow. Er hatte ausgekundschaftet, ab 6 Uhr ist die Stadt geschlossen. Aber der Bus um 5.25 Uhr würde eher dort sein. Gegen 10 Uhr haben ihn Zeugen im geheizten Dom gesehen, wonach Beschaffung von Feuerwehruniformen der Gottesdienst zum 3. Advent ohne weitere Behinderung stattfinden darf. Wie er von dort in die Innenstadt gelangt und die Mittagsräumung des Marktes heil übersteht, bleibt rätselhaft. Er ist jetzt 10 Stunden in der Stadt. Und als er am Nachmittag sein Ziel erreicht, der Welt sagen kann, dass er in ganz Deutschland frei umherfahren möchte, wird der Genosse rechts neben ihm sagen, das kann man ja auch. Ich möchte als Deutscher in der DDR auch in ganz Deutschland umherfahren. Das möchte ich ganz offen hier mal sagen. Ja, das kann man ja auch. Vor 20 Stunden hat es einer versucht. Ein junger Mann bei großen Burschler Thüringen. Geschossen wurde nicht. Mielke hat für die Dauer der Aktion Dialog den Schießbefehl aufgehoben. Aber die automatische Schussanlage SM-70 lässt sich nichts befehlen. Salzgitter registriert einen innerdeutschen Grenzzwischenfall mehr. Ein Schwerverletzter. Er wollte von Thüringen nach Hessen. Natürlich weiß auch er, dass man das nicht kann. Aber Hans Kamin, der immer noch in seine Westkamera spricht, verwirrt die Genossen. Dabei gibt es klare Richtlinien des Einsatzstabes. Bei direkter Konfrontation mit Korrespondenten kleine Gruppen bilden. Dialog offensiv führen. Negativen Kräften keine Möglichkeit zu einer Äußerung geben. Keine Möglichkeit, Genossen heißt keine. Also bitte Genossen. Wer kennt dich denn da drüber? Wer respectiert sich als DDR-Bürger? Wer kennt dich denn da drüber? Wer respectiert sich als DDR-Bürger? Kannst du dich daran erinnern? Na sicher kann ich mich daran erinnern. Sie haben da ein Gespräch gehabt. Sie haben einen alten Mann. Sie haben mich noch nicht gefragt, ob Sie ein Mikrofon laufen lassen können, ob Sie eine Kamera laufen lassen können. Hier draußen dürfen Sie gar nichts. Das gehört hier bis dort zum Grundstück. Und hätten Sie was dagegen, wenn Sie mir einige Fragen beantworten? Nö, da habe ich nichts dagegen. Aber Sie können doch erstmal fragen und dann mit mir sprechen. Warum sollte ich was dagegen haben? Waren Sie zu diesem Zeitpunkt Mitglied der SED-Kreisleiterung? Ja. Ja, das war ich. Darf ich fragen, was Sie heute machen hier im Westen? Ich bin heute Handelsvertreter für mehrere Firmen, die sich sowohl hier im Westen wie auch im Osten etablieren. Ja, Märtyrer zu sein, bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts. Man kann sich hier im Westen wesentlich besser verwirklichen, als man das in der DDR hier konnte. Wenn man engagiert arbeitet und auch entsprechend intelligent ist. Ein wirklicher Höhepunkt der Besuch des Doms. Keine Jubelrufe, stattdessen Orgelmusik. Helmut Schmidt führt einen stummen Dialog mit dem Werk Ernst Barlachs und hält sich auffallend zurück, als Landesbischof Rathke sich seinem Staatsratsvorsitzenden zu nähern versucht. Ich sah da eine einmalige Gelegenheit, dass ich als Landesbischof dem Staatsratsvorsitzenden so unmittelbar begegne und meine, es sei meine Verpflichtung, ihn bei der Gelegenheit sehr deutlich und möglichst unter vier Augen Dinge zu nennen, die uns erheblich bedrücken. Ich habe den Eindruck, dass er schon ein wenig erstaunt war. Vielleicht lag das auch an meiner ein wenig heftigen Art, weil mich die Dinge sehr beschäftigten. Honecker ist keineswegs erstaunt. Am Vortag um 13.30 Uhr geht dieser Bericht eines EM aus der Umgebung des Bischofs ein. Rathke ist außerordentlich aufgebracht und will versuchen, mit Genossen Honecker unter vier Augen sprechen zu können. In dem Fall musste ich sicher davon ausgehen, dass man mit allen Mitteln und auch über Menschen versucht, herauszubekommen, was die Kirche will. Denn eins hatten wir vorher mit allen Mitteln zu erreichen versucht, dass in unserer Kirche die Stasi nichts zu tun hat. Doch die war immer da, wie dieses Stasi-Foto der Begrüßung zeigt. Und der dicke Herr links im Bild, Vorsitzender des Kirchgemeinderates, lässt sich beim Treff mit dem Führungsoffizier sogar die Kirchensteuer rückerstatten. Herr Schmidt, Bonbon habe ich noch. Wie Honecker Herrn Schmidt verabschiedete auf dem Bahnhof in Güstrow, da kam kurz danach einer von den Offizieren dieses Armeeobjektes in mein Zimmer und sagte, nun kannst du wieder nach Hause. Gegen 19 Uhr bekam ich meinen Ausweis und wir gingen hierher und hier sagte man mir, dass ich nach Hause gehen könnte. Daraufhin fragte ich, wieso gehen? Ich bin doch hier gefahren worden. Ich hoffe ja, dass sie mich nach Hause fahren. Darauf kriegte ich einen Stoß und man schließt mich dort die Treppe runter. Machen Sie doch, dass Sie hier rausgehen! Die Zugeführten aus den umliegenden Polizeiämtern treffen erst nachts wieder in Güstrow ein. Wie lange waren Sie hier? Circa drei Tage, nachdem ich die Unterlagen nochmal alle überprüft habe. Es müssen drei Tage gewesen sein. Aber das subjektive Empfinden damals war wie vier oder sogar fünf Tage. Der Beifall der Güstrower Bürger auf den Straßen und insbesondere auf dem Markt, die Zurufe und die Gespräche widerspiegelten Hochachtung, Liebe und Verehrung für Genossen Honecker. Und er, der nicht merkt, wie krank sein System ist, dankt mit den Worten, bestimmten Kräften ist es einfach nicht gelungen, Güstrow zu einem neuen Erfurt zu machen. Kräften ist es einfach nicht gelungen, die Zurufe und 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 die Zurufe. Kräften ist es einfach nicht gelungen, die Zurufe und die Zurufe und die Zurufe und die Zurufe.